Wir sind die Möbelmacher. Seit 1988 kümmern wir uns liebevoll um Ihre ganz persönliche Einrichtung. Mit Ihnen zusammen entwerfen wir Ihre Küche oder alle anderen Räume, die unser Team dann in Einzelanfertigung in unserer Werkstatt vollendet. Aus dem Massivholz der Hersbrucker Alb und anderen wohngesunden und ehrlichen Materialien. Vom Fußboden bis zur Beleuchtung samt Polstermöbeln, Matratzen und Küchengeräten stehen wir für alles Gute zum Einrichten. Die Forstbetriebsgemeinschaft liefert die Laubbäume aus der Nachbarschaft, die wir auf unserem Gelände sorgfältig sägen und stapeln. Im Außenlager trocknen sie einige Jahre und bereiten sich auf den großen Auftritt als langlebige Küchen oder Möbel vor. Sie werden sie lieben, umziehen, vererben oder nach Jahrzehnten von uns aufmöbeln lassen. So verbinden wir nachhaltiges und regionales Wirtschaften mit Lebensqualität, handgemacht in Untergrumbach.